Ja, für den Chico zum Einloggen. Ja, ja, aber du musst halt sagen, wann ich gucken soll. Ja, jetzt? Ich hab schon. Ach, hast du doch ein Handy oder was? Oder du kriegst nochmal B.A. Hey, hey. Ach so. Ah, stimmt ja. Wollte ich ja nicht mal. Ja. Ähm. Oha. Oha. Ich sag noch. Oh. Gehen rein. Guck mal, Zicky. Was für dich ist. Kamu, wie fühlt sich das? Ja, aber jetzt allow sich das nicht mehr reinzugehen. Kamu, ist das? Alter. Uwe, really? Uwe, ich drück dir die Daumen. Ich schreie auf alles. Ich schreie. Ich werde so schreien. Das ist gut, ne? Bitte. uwe 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 Was ist jetzt was? 600€ mit 395€ rein, das Uwe, ich schwör auf alles. Ich zuck dir die Sackkarte. Krass, der Scheiße. Alter Verwalter, Mann. Wie war das? Der Sommer, wie war das nochmal? Alter, ja, Mann. Der Sommer, ich hab gesagt, ich brauch so'n 1.100€. Und du hast gesagt, geh rein und ich hab auch die Feelings gehabt. Einfach nur die Feelings waren da einfach. Ich hab dir gesagt, geh rein. Äh, real. Ja, du kannst mir den MCS am besten schicken, dann kann ich dann so copy-pasteen. Ich schwör dir, ich schwör dir... Ey, du hast was aufgenommen? Ja, ja, ich hab's aufgenommen, Alter. Ich hab's aufgenommen. Ich hab alles aufgenommen, Alter. Kommt nachher, save YouTube, Alter. Save fucking YouTube, Alter. Und dann einfach da unten rein, oder? Alter, ich bin schon im Sack jetzt, mein Herz, Mann. Also in dem Channel hier, ne? I 3 5 5 6 7 7 8 9 6 7